Albano-Laziale ist eine italienische Stadt, die zur metropoliten Stadt Rom in der italienischen Region Lazium gehört, mit 41.715 Einwohnern. Name, der Name Albano leitet sich vom antiken Agar Albanus her. 1872 bekam der Ort zur Unterscheidung von gleichnamigen italienischen Orten den Zusatz Laziale. Geografie Albano-Laziale liegt 25 Kilometer südöstlich von Rom, 12 Kilometer südlich von Frascati und 23 Kilometer vom tyrannischen Meers bei Tor Vajanica entfernt. Es befindet sich in den Albaner Bergen oberhalb des Albaner Sees und gehört zu den Gemeinden der Castelli-Romani und hat Anteil am Naturpark Paco, Regionale dei Castelli-Romani. Während die Kernstadt auf dem Katerrand des Albaner Sees liegt, erstrecken sich die Stadtteile Tschechina und Pavona in der Ebene am Fuß der Albaner Berge. Das Gemeindegebiet erstreckt sich über eine Höhe von 110 bis 565 Meter S. L.M. Die Gemeinde liegt in der Erdbebenzone 2. Die Nachbargemeinden sind im Urzeigersinn Castel Gandolfo, Rocchi di Papa, Arica, Adi, Pomezia und Rom. Türkei Albanu liegt 19 Kilometer von der Auffahrt Monteportio-Catuan auf den Autobahnzubringer zur Autobahn A1 Autostrada del Sole entfernt. Punkt. Albanu liegt seit der Antike an der Via Appia, die heute als Staatsstraße 7 Via Appia den Ort mit Rom verbindet. Punkt. Die Via Netjunse, die den Stadtteil Pavona durchquert, führt nach Anzio ans Meer. Punkt. In Albano liegt der Endbahnhof der Regionalbahnstrecke FL4 Rom-Albano. An der Regionalbahnstrecke FL4 Rom-Velletrie liegen die Bahnhöfe Pavona, Cancelaria und Tschechina. Punkt. Der nächste internationale Flughafen Rom-Fiumicino befindet sich in 43 Kilometer Entfernung. Punkt. Geschichte. Nach der Zerstörung von Alba Longa 665 v. Chr. wurde der Agar Albanus zum bevorzugten Gebiet für die Villen römischer Patrizier. 197 n. Chr. ließ Kaiser Septimius Severus die Castra Albaner ein Legionslager für die Legio II Partike errichten, das zur Keimzelle der heutigen Stadt wurde. Spätestens seit 464 ist Albano Bischofssitz. In dieser Zeit wurde die Kirche St. Pietro in die Ruinen der Thermen unter Verwendung von Steinen des Kastells gebaut. 964 gab Kaiser Otto I. Albano an die Familie Savelli, bei der es bis 1697 blieb, als es von der Apostolischen Kammer beschlagnahmt wurde. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt 1944 bei Bombenangriffen der amerikanischen Luftwaffe stark zerstört. Bevölkerungsentwicklung, Quelle ISTAT, Politik Nicola Marini wurde im April 2010 zum Bürgermeister gewählt und im Mai 2015 im Amt bestätigt. Sein Mitte-Links-Bündnis stellt auch mit 15 von 24 Sitzen die Mehrheit im Gemeinderat. Erlöste Marco Mattei ab, der nicht mehr kandidierte. Partnerstädte Polen Belgat in Pommern, seit 2004 Polen Köslin in Pommern, seit 2004 Litauen Alitus in Litauen seit 2004. Religion Albano ist Sitz eines katholischen, zaborbikarischen Bistums. Die Einwohner gehören mehrheitlich der römisch-katholischen Glaubensgemeinschaft an. Die Stadt hat neun Kirchengemeinden. Sehenswürdigkeiten Das römische Tor Porta Pretoria verweist auf die Stationierung der zwei-pathischen Legion, die nach dem Krieg gegen die Pater in die Albaner Berge verlegt worden war. Die Kathedrale San Pancrasio mit einer Fassade aus dem Jahr 1772 ist der Bischofssitz des Bistums Albano. Die Kirche selbst geht auf einen Bau zurück, den Papst Leo III. auf den Trümmern einer vorchristlichen Basilika errichten ließ. Söhne und Töchter der Stadt Kardinal Galerie